Ich bin bereit. Warte, die könnt ihr einen Schaß lassen. Ich glaube, da war jetzt ein Bord. Noch nicht. Lückenflug, Lückenflug. Uff, uff. Du ja. Geweckfucker. 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 Aber Rückenflug müsste es schon gehen, oder? Geweckfucker. Also willst du nicht. Bist noch nicht wer du. Das ist ja wie ein F3B-Programm. Wow. Also optisch hat das Gehlos. Der Erfauer. Cool.